hallo und herzlich willkommen zu diesem video das ist philipp von der white cast reaktion und das ist ein kleines recap video von einem segment von sunset overdrive bei dem xbox one livestream beziehungsweise pressekonferenz von der e3 man hat erst mal so ein bisschen prolog gesehen wo man den hauptcharaktere kennenlernt beziehungsweise sieht es ist comics teil gehalten so ein bisschen auch ein bisschen an art free runs ich werde noch ein bisschen darauf eingehen free run ich würde es beschreiben als comics teil mit free run und skate style und so allem wirklichen also es ist sehr hip und sehr aktuell gehalten das spiel würde ich schätzen in dem punkt dann danach hat man den ceo und gründer von insomniac games den ted price gesehen er hat so ein bisschen gesagt ja du du bist der der die welt rettet und so weiter und so fort also sehr sehr gut gemacht finde ich dass man das spiel oder dass das spiel auch in dem punkt ein bisschen lebt weil das fand ich ein bisschen bei den anderen leuten ein bisschen so so ein bisschen nicht präsent also es ist sehr zwei sehr jugendlich gehalten sag ich mal dann wurde eingekündigt dass es ein xbox one exclusive ist es ist eine art shoot and splatter würde ich schätzen wenn es ein anderes genre ist tut es mir leid aber ich würde das so sehen als shoot and splatter dann hat man gesehen das ist halt wie gesagt sehr comic style lastig ist dass man auf dass man unterschiedliche wege sucht sich voranzukommen und so weiter und so fort man kann den livestream beziehungsweise den ganzen livestream kann man am ende beziehungsweise könnt ihr jetzt schon sehen in der video beschreibung da wird ein link da sein man bekommt und man kann unterschiedliche waffen benutzen das finde ich sehr sehr gut also es sieht sehr interessant aus es wird unterschied es wird ein koop spieler modus geben mit bis zu acht spielern und es wird dedizierte server dazu geben also wuhu ein plus mit dedizierten servern würde ich mal schätzen in dem punkt und das war es eigentlich was jetzt so alles angekündigt wurde bei dem spiel es wurden jetzt keine dlcs oder so angekündigt was bestimmt auch irgendwann kommt man wird bestimmt bei der gamescom oder ähnlichem in dem zeitraum bis zum release mehr davon erfahren noch worauf ich wirklich gehypt bin auf das spiel das war wirklich gut gemacht und da bin ich auch so am denken okay es hat sich doch gelohnt die xbox one zu sich zu leisten und ich hoffe euch hat das video gefallen wie gesagt der live stream in ist in der video beschreibung verlinkt und ja bis zum nächsten video ihr könnt noch die ganzen anderen restlichen spiele beziehungsweise recaps zu den spielen sehen bei dem hier auf dem webcast kanal ja bis dann tschau abonniere Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020